Die Firma Berthele in Augsburg stellt Textilmaschinen her. Auf der letzten Sitzung hat die Geschäftsleitung beschlossen, Kontakte zu Firmen in Italien aufzunehmen, um den Markt für ihre Produkte zu erweitern. Der Marketingassistent der Firma, Walter Hafner, hat den Auftrag übernommen, sich um die Adressen der Ansprechpartner zu kümmern. Da die Sache eilt, greift er zum Telefon. Deutsch-Italienische Handelskammer, Aßmann, guten Tag. Guten Tag, Firma Berthele in Augsburg, mein Name ist Hafner. Ich rufe Sie an, weil wir sind an Adressen von Textilfabrikanten in Italien interessiert. Bin ich da bei Ihnen richtig? Ja, die Adressen habe ich hier. Ah ja. Worum geht es denn genau? Ja, also, wir stellen Textilmaschinen für den europäischen Markt her. Und jetzt möchten wir gern auch mit Firmen in Italien Kontakt aufnehmen. Am liebsten wäre uns die Gegend um Mailand, dort gibt es ja ziemlich viele Modefirmen. Da haben Sie recht. Nun, ich sehe hier verschiedene Möglichkeiten. Sie können beispielsweise direkt mit den Firmen Kontakt aufnehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass Sie über einen Repräsentanten gehen, also über eine Vertretung direkt vor Ort in Italien, und so den Kontakt zu den Firmen herstellen. Hm, was ist denn besser Ihrer Meinung nach? Tja, also das kommt ganz darauf an, was Sie wollen. Wenn Sie nur die großen Firmen interessieren, dann kann ich Ihnen die Adressen geben, und Sie setzen sich dann selbst mit denen in Verbindung. Bei mittleren oder kleinen Unternehmen gehen Sie besser über eine Vertretung. Die sind vor Ort, die kennen sich aus, und die haben auch die richtigen Kontakte. Ja, da haben wir eine hier. Das ist gut. Wir sind nämlich in erster Linie an mittelständischen Firmen interessiert. Könnten Sie mir die Liste vielleicht zuschicken? Natürlich, gern. Geben Sie mir bitte noch Namen und Adresse. Also, das ist Bärtele GmbH. Bärtele. Mit E wie Emil? Ja, dreimal E. Postfach 3490 86179 Augsburg. Moment, 86179 Augsburg. Okay, das habe ich. Ach ja, und schicken Sie bitte die Liste zu meinen Händen. Mein Name ist Hafner, Walter Hafner. Hafner. Gut, Herr Hafner. Ich schicke die Liste heute noch an Sie ab. Das ist sehr nett. Dann danke ich Ihnen für die Auskunft und schon vorab für die Liste. Kerngeschehen und viel Erfolg. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Frau Bovary von der Firma Georges Duboeuf ist gerade dabei, einen Brief an die Firma Müßig in Nürnberg zu schreiben und den Katalog anzufordern. Da kommt ihr Chef und erklärt ihr, dass die Sache sehr eilig ist. Er braucht noch im Laufe der Woche ein Angebot. Frau Bovary muss also gleich in Nürnberg anrufen. Sie notiert sich einige Fragen, holt das deutsche Buchstabieralphabet aus der Schublade und greift dann zum Hörer. Müßig und Co. Franke. Guten Tag. Mein Name ist Bovary von Weinhaus Duboeuf in Bonn in Frankreich. Guten Tag. Wir interessieren uns für den Korkenzieher, den Sie herstellen. Welchen meinen Sie bitte? Wir haben da ganz verschiedene Modelle im Angebot. Ja, also es geht um das Modell. Es war in einer Anzeige in Gourmet, der Zeitschrift im letzten Monat, mit einem Foto. Und hier steht nur Korkenzieher als Edelstahl für den echten Weinkenner. Ja, genau. Das ist unser Spitzenmodell mit einer sehr schönen Form. Etwas rund oben. Ja, das ist er. Den meine ich. Also wir stellen Wein her und wir möchten diesen Korkenzieher unseren Kunden schenken. Er soll ein schönes Geschenk sein und auch von sehr guter Qualität. Da ist dieses Modell genau das Richtige für Sie. Edelstahl, sehr gute Verarbeitung. Und die Spirale ist elastisch. Damit kann man auch einen alten Korken ohne Problem herausziehen. Mhm. Gerade eine gute Flasche will man ja ganz vorsichtig öffnen, ohne dass Korkreste bleiben. Ja, das ist immer ärgerlich. Durch die runde Form liegt er gut in der Hand. Da kann überhaupt nichts passieren. Eigentlich ist es ein Produkt für Profis. Wir beliefern viele exklusive Restaurants damit. Sehr schön. Das klingt interessant. Und was ist der Preis? Was kostet der Korkenzieher? Wir würden mehrere nehmen, wenn wir ihn kaufen. Das hängt ganz von der Stückzahl ab. Der Einzelpreis liegt bei 28 Mark plus Mehrwertsteuer. Wie viele brauchen Sie denn ungefähr? So zwischen 200 und 300. Ja, da haben wir ein spezielles Großkundenangebot. Also bei 200 Stück ist der Preis 21 Mark. Und bei 300 16 Mark jeweils plus Mehrwertsteuer natürlich. 21 und 16. Können Sie mir das schriftlich bestätigen, bitte? Ja, kein Problem. Am besten schicke ich Ihnen unseren Katalog für Großkunden. Da steht alles drin. Preise, auch der Rabatt je nach Stückzahl und die Lieferbedingungen. Ja, danke. Es ist allerdings sehr wichtig, sehr eilig. Wir brauchen das Angebot noch diese Woche. Kein Problem. Ich kann Ihnen die Unterlagen heute noch zuschicken. Und wenn es eilig ist, dann am besten per Express. Danke, das ist sehr nett. Sagen Sie mir noch bitte Namen und Adresse? Ja, also das ist Georges Duboeuf, SA 12, Rue de Ville in … Tut mir leid. Würden Sie das bitte buchstabieren? Ja, natürlich. Entschuldigung. Also, das ist Georges, Gustave, Emil, Otto, Richard, Gustave, Emil, Samuel. Ja. Dann zweites Wort, Duboeuf. Dora, Ulrich, Bertha, Otto, Emil, Ulrich, Friedrich. Dann nach großes S, Punkt, großes A, Punkt, also Samuel, Punkt, Anton, Punkt. Okay. Die Straße ist zwölf, Komma, Rue de Ville. Also, Richard, Ulrich, Emil, zweites Wort, Dora, Emil und dann Viktor, Ida, Ludwig, Ludwig, Emil. Ludwig, Emil, ja. In 21, 200, Bon. Bertha, Emil, Anton, Ulrich, Nordpol, Emil in Frankreich. Frankreich. Gut, jetzt habe ich alles. Ich schicke Ihnen die Unterlagen gleich heute noch zu. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett. Auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. Wiederhören. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020